Moini, da bin ich wieder mit einer Runde Dead by Daylight mit Piggy, also mit Amanda. Ich bin direkt bei meinem Totem gespawnt, wie schön. Brauch' ich gar nicht gucken, ob hier jemand in der Nähe gespawnt ist. Das ist doch schön, aber das ist ein bisschen offensichtlich leider. Na gut, aber wir versuchen es mal weiter. Ich hab' ein Perk-Bild dabei, was sich Ravanea, Mathis und Zephy gewünscht haben, gemeinsam auf dem Discord. Die wollen mich nämlich hier fertig machen mit Spion des Schattens, Wiegenlied, Tüftler und Hass. Ein Perk-Bild, wo es so richtig knallen wird. Denn durch Spion des Schattens knallt es immer, wenn ein Überlebender eine Krähe aufscheucht. Ja, so. Mit Hass knallt es jedes Mal, wenn ein Jen angeht. Und ich seh' die Auren, also die schemenhaften Auren. Oh, ich dacht' ich wär' jemand. Aber es war nur Jigsaw. Schau'be da. Ähm, der Überlebenden und das Objekt der Besessenheit zieht meine Auren. Mit Tüftler knallt es jedes Mal, wenn ein Jen auf 70% ist. Und mit dem Wegenlied knallt es so richtig, wenn die Überlebenden... Da hab' ich Kate gesehen. Hier ist Meg. Autschi. Äh... Ein Skillcheck von Marzellen. Und die Skillchecks werden auch immer schwieriger, je mehr Leute ich aufhänge. So. Dann gehst du für den Trait. Wakey, Wakey geht für den Trait. So. Die Skillchecks haben nicht getriggert, das heißt, Wakey bekommt man erstmal keine Falle. Da, okay, das heißt, ich geh mich ja mal in den Angriff. Hier ist jemand weggegangen, da oben. Versucht fangen, die Skillchecks zu treffen an der Jigsaw-Kiste. Hat's aber leider nicht geschafft. Und ist deswegen im Status Tiefe Wunde. Ich hab' nämlich auch die Skillcheck-Add-Ons dabei. Bedeutet, wenn sie die Skillchecks vermasselt... ...an der Jigsaw-Kiste, dann... ...bekommt sie erstmal den Status Verletzt, wenn sie gesund war. Und Tiefe Wunde, wenn sie verletzt war. Es wiegen die... Ah, jetzt häng' ich sie hier neben. Es wiegen die, das ist so geil. Ähm... Zähl' übrigens nicht... ...auf die Jigsaw-Kisten. So. Da seh' ich schemenhaft... ...die Überlebenden. Da war noch jemand. Hallo. Sehr schön. Mach' ich mal kaputt. Die sind jetzt zu zweit im Hauptgebäude. Zwei aktive Fallen haben wir jetzt gerade. Sie ist nach oben gegangen, aber ich will hier... Ich wollte sie hier einmal stören. Eigentlich wollte ich nicht tunneln. Ich wollte sie nur stören. Hallo, Wakey. So. Hallo. Sehr schön. Das ist doch auch eine Falle. Das ist gar nicht so gut. Keller ist in der Scheck. Und da geht Tickler schon wieder an. Wakey zieht hier die Gents durch. Das wollte ich. Was ist das? Sehr schön. So. Ja, okay. Sehr gut. Eine Falle sind sie losgeworden. Ah, ich muss ihm eine Falle jetzt aufsetzen. Er hing ja schon mal. Gut, machen wir dich nochmal runter. Ich hab's vergessen. Sorry. Und Fang ist das Objekt unseres Hasses. Und die können wir am Ende dann eventuell nur reden und mit einem Schlag töten. Und den Boden legen. So, welcher Gen war denn jetzt nochmal so weit? Der hier. Fang ist auch dran. Hallo. So. Sehr schön. Keine Fallen mehr übrig, vier Gents noch zu machen. Das hab ich nicht sehr gut aufgeteilt. Jetzt sind die Gents schon wieder so weit los. Äh, die Fallen meine ich. Und hier liegt's. Sehr schönes Outfit übrigens. Aber ich glaub, ich hab die Haken doch bisher ganz gut aufgeteilt. Vielleicht hab ich die Fallen nicht gut aufgeteilt, aber die Haken hab ich gut aufgeteilt. Und dafür, dass ich hier eigentlich nur ein Fun-Perk-Bild dabei habe, denke ich, ist es doch ganz witzig. Und läuft gar nicht so verkehrt. Da drüben hab ich jemanden gesehen, aber ich will mal hier einmal die Palette noch wegmachen. Nee, da hab ich gar keinen gesehen. Hier seh ich jemanden. Auf jeden Fall auch witzig, dass die Add-Ons jetzt schon zum Tragen gekommen sind. Vorhin hat Mac auch einen Skillcheck versaut. Das ist schon ordentlich witzig. Sie ist hochgegangen. Upsi. Auch nicht zur Safe-Palette. Was soll ich hier in den Raum bilden? Okay. Da ist noch jemand. Ich versuch, die Falle da oben loszuwerden. Na? Da seh ich noch jemanden. Ich slag mal ein bisschen. Die müssen noch vier Gems machen. Können Ellen mal ruhig hochheilen. Jetzt liegen beide mit den Fallen. Das gefällt mir eigentlich nicht. Mac kann aber nochmal hängen, meine ich. Reiki ist der Einzige, der Dead-On-Hooks einen müsste. Hi. Geh mal ruhig eben hochheilen. So. Super. Die gehen wahrscheinlich Richtung Shake, um sich dann hochzuheilen? Fragezeichen. Mein Wiegenlied. Mein schönes Wiegenlied. Der Jen geht immer noch zurück. Hier ist eine Fang runtergesprungen. Da ist eine Kate. So. Fang ihn erst einmal. Meint ihr, sie hat Link. Windows of Opportunity eventuell. Okay. Okay. Nee, ich denke vielleicht nichts davon. Mal gucken. Ich bin gespannt auf die Wachs von den Überlebenden. Mit einer ganz entspannten Runde für mich eigentlich. Mac versucht ihre Falle da oben. Die Zahnspräge. Oh. Los zu werden. Das ist noch die letzte Falle, die wir hier noch haben. Da vorne. Hat jemand noch den Haken sabotiert? Nee, das war... ...Gang die da so gestorben ist. Ich habe hier gerade Spion des Schattens nochmal gesehen. Na gut, hängen wir mal die liebe Mac auf. Ich mache mal hier die Palette weg. Dann hängen wir dich nochmal auf. In der Hoffnung... Ich weiß nicht, in welcher Hoffnung. In der Hoffnung. In der Hoffnung, hier in der Runde ein paar Pünktchen rauszuziehen. Wie findet ihr das Plakwood? Da hinten sehe ich... Okay. Ja, sie ist leider kaputt. Ich spiele halt super gerne Piggy. Die hat ja Gen Regression bereits dabei. Oh, da wird aber sehr weit weg getüftelt. Oh, hi. Tüftler ist vorbei. Wir wissen, Alan ist hier irgendwo... Oh, schöne Blendgranate. Schade, dass ich nicht einen Nemesis dabei habe. Mal gucken, hier. Müsste es ja noch relativ laut sein. Denn schließlich sind ja alle beide verletzt. Hier höre ich ihn. Ich habe ihn gehört. Weil der sitzt hier irgendwo in der Ecke bestimmt, ne? Ich habe ihn hundertprozentig gehört. Die müssen jetzt halt auch Sneaky spielen. Sind nur noch zu zweit. Müssen noch vier Gens schaffen. Aber mein Wiegenlied ist weg. Das heißt, die Skilljacks sind jetzt einfacher für die Überlebenden. Hier auf dem Mittelgen, ne? Da war auch schon Tüftler mal aktiv. Der ist aber auf null. Gucken wir mal von hier oben runter. Da ist ein Vogel geflogen. Und hier sind alle beide. Buben. 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 Nein. Okay. Ich mag Ellen Wake so gerne, ne? Da haben wir. Kate war hier gerade links von mir. Gucken wir mal, wo die Luke spawnt. Manchmal spawnt die auch sogar hier in diesem kleinen Gebäude. Muss ich mal schauen. Jetzt doch ordentlich geknallt, die Runde über. Da hinten sehe ich Kate. Hilfe, ich hänge hier fest. Kate, am Rand langlaufen. Am Rand. Da warst du doch gerade schon. So sucht man nicht die Luke. Was machen wir mit Kate? Wollen wir ihr die Luke schenken? Bubst du? Im Liegen? Na komm, wir schenken ihr die Luke. Wir gucken mal, wo die ist. Nicht mehr wiggeln. Sehr gut. Ja, dann schneide ich mich hier weg. Und ihr könnt in der Zwischenzeit mal schreiben, wie knallig ihr die Runde fandet. Hatte tatsächlich ziemlich Glück. Also, ja. Ich schneide weg, bis wir die Luke finden. Bis gleich. So, es hat ein bisschen gedauert, weil ich die hier bei meiner ersten Runde nicht gehört hatte. Dann raus mit dir. So. Haben sie doch ganz gut gespielt. Oh, ich hätte einen Geisterhack mitnehmen müssen. Ja, aber das war das Perkbild. Und das waren meine Überlebenden. Wir schaffen das, hatten sie dabei. Und Déjà-vu. Und innere Kraft ein paar Mal. Ja, ist doch ganz schön gewesen. Dann sage ich GG. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao.